Sehr schön, sammle ein Grünblatt für, uah, Karrosch, das machen wir jetzt noch eben, so, dann schauen wir mal, obwohl Grünblatt haben wir eigentlich genug in der Tasche ist, deswegen verstehe ich es gerade nicht, okay, die kommen jetzt da durch. Wie er jetzt erstmal brennt, ne? Ich habe mir gedacht, komm, machst du mal. Ah, da kommen wir auch nicht durch, ich dachte, wir kommen da jetzt durch, das heißt, wir müssen erstmal einen anderen Weg finden. Ich schicke mal unseren Bären wieder weg, pass auf. Deine gezähnte Bestie, wo du uns das Bestiemenü geschickt hast, ist auch geil. Also früher dann bei den Ureinwohnern, über den Ureinwohnern hatten sie also Bestiemenüs, wusste ich gar nicht, ist mir neu. So, sammle Grünblatt, dann schauen wir mal, wo wir Grünblatt überhaupt hier finden, hier in dieser Vegetation. Nein, uah, 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 das war knapp, alter Schwede, uah, 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 so. Ich weiß gar nicht, wo ich hier Grünblatt finden soll. Ist das egal, wo? Okay, da ist ein Bombenwerfer. So, ist der schon mal weg? So, klettern, okay, klettern wir mal. Wo soll ich denn bitte hier Grünblatt finden? Kann mir das mal einer sagen? Hm. Hier vielleicht? Ey, drei von drei, wie geil. Das war ja einfach. Einfach mal die Tasche mitgenommen, da war genug Grünblatt drin. Finde ich super. So. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Karosch. Und bringen mal das Grünblatt. Oh, nein, nein, was? Oh Gott. Oh Gott, ich hab gedacht, das war's. Ich hab jetzt echt gedacht, das war's. Das sah jetzt richtig so aus, als wäre es das gewesen. Einfach mal in den Tod fallen. Nein, weißt du, das Schlimmste ist nicht die Kälte, die dich umbringt, sondern einfach in den Tod zu fallen. Was Flex einen deutlich bewiesen hat, gerade. Fast. So. Ah, guck mal, kann noch ein Pfeil erstellen. Machen wir mal. So. Na. Die Wallnei. Gerne, doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen kämpfen. Und ihn beschützen. Oh Gott. Okay. Das kriegen wir hin, das ist jetzt nicht so schwer. Na. Ich treff ihn doch. Alter, ich muss mich heilen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, was? Was? Oh Gott. Ich hab nicht aufs Heilen geachtet. Verdammt. Scheiße. Der Bogen ist zu langsam. Der Bogen ist definitiv zu langsam für die Aktion. Wir müssen da, glaube ich, mehr knüppeln. Knüppeln mit Schläger. So. Da müssen wir mal gucken. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Warte mal. Probier mal was. Ich seh nix. So. Der brennt aus. Der dürfte eigentlich sterben, oder? Eigentlich müsste. Warum stirbt er durchs Feuer? Nicht. Natürlich. Gehst du mich verarschen? Es ist am Brennen, weißt du? Jeder normale Mensch würde nicht durchs Feuer laufen. Aber er macht's. Er kann's einfach. Er kann's einfach. Jetzt lass mich doch mal vorgehen. Mann, du Dödel. Aua. Aua. Lass das. Lass das. Ich freu mich schon auf diese Szene im Survival-Modus, bin ich ganz ehrlich. Weil, äh. Weil das wird lustig. Das wird richtig lustig. Aua, lass das. Lass das. Lass das. Aua, aua. Oh nein. Okay, ich muss das anders angehen. Ich muss das definitiv anders angehen. Das ist ja ein Stress da. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Boah. Was ein Stress. Was ein Stress. Da muss ich jetzt erstmal... Die Wallnein. Was? Wo? Da. Okay. Ein paar neue Pfeile herstellen. Jetzt bleib auch hier stehen und renn nicht wieder durchs Feuer. Vielleicht doch mit Pfeil um Bogen aus der Ferne vielleicht. Aber er rennt ja so weit vor. Das ist ja das Lobe. Alter, der ist gleich tot. Alter, unser Kollege ist gleich tot. Alter, stell dich doch mal vor mein Gesicht, du Penner. Das ist doch nicht wahr. Ich krieg mich nicht auf. Ach, er kriegt wieder... Ach, okay. Er kriegt wieder Lebensenergie. Oh Gott. War's das jetzt? Wahrscheinlich nicht, so wie ich mein Glück wieder kenne. Das war so klar. Warte mal eben. So, wo ist der andere? Sind da noch mehr? Boah, was ein Stress. Alter, die Mission im Survival-Modus. Da hab ich jetzt schon Angst vor. Bin ich ganz ehrlich. Boah, Gott sei Dank. Aua. Was soll denn das? Jawohl. Bruder, Brashta. Brashta heißt also Bruder. Na gut, habe ich mir ein bisschen übersetzt. Auge um Auge abgeschlossen. Sehr schön, geil. Jawohl. So, dann würde ich sagen, mit einem neuen Fähigkeitspunkt würde ich sagen, kehren wir jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Dorf. Wir brauchen ein bisschen Tierfett, fällt mir gerade auf. Ja, so ein paar Ressourcen brauchen wir, benötigen wir. Aber, ähm, schauen wir mal. Ah, guck mal, da oben sind auch noch ein paar Sachen. So, hier möchte ich noch gar nicht hin, bin ich ganz ehrlich. Das ist mir noch ein bisschen zu heikel, die ganze Angelegenheit, weil ich bin jetzt auch schon jetzt schon so oft gestorben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht nochmal so einen Außenposten vielleicht mal befreien. Vielleicht mal mit der Schnellreise einfach mal hierhin gelangen. Was haben wir denn hier? Ist auch sehr schwer, auch sehr schwer. Sonst haben wir nur noch die Jägerin als... Wisst ihr was, wir machen die Mission. Heute ist Missionstime. So, ich gehe jetzt hier hin. Da ist zwar ein Siebelzahntiger in der Nähe, aber ich denke, dass wir das schaffen können. Dass wir dort, ja, ein paar Sachen machen, die uns definitiv, äh, Spaß machen werden. So, schau mal, es wird Nacht, glaube ich, kann das sein. Ich glaube, ich würde doch lieben und gerne... Ich glaube, ich will nicht mehr schlafen, weil ich möchte das, glaube ich... Guten Morgen zusammen. Und, ja, damit willkommen zurück bei Far Cry Primal. Und wir sind immer noch hier und, ja, tralala. Wir wollen die nächste Mission starten. Wo ich jetzt mal ganz elegant dorthin gehen werde. Und wenn ich zwischendurch Zeit habe, werde ich versuchen... ... mir Tierfett zu organisieren. Können wir Holz mitnehmen? Südaarhorn. Ja, sehr schön. So. Hier ist die Ziege, glaube ich, ne, oder? Habe ich gerade eine gehört. Ach da. Na, hübsch. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir das auch. Da ist ein Jack. Ja, bekommen wieder Tierfett. Äh. Ciao. Ah, wir müssen, glaube ich, hier... War das nicht hier das mit dem Mammut? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ja. Oh Gott. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, das war das mit dem Mammut. Müssen wir mal schauen. Pitsch, patsch, 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 patsch. Jetzt steht er gleich nur über Nacht oder so. Pass auf, oder? Schließe dich, Jamerseljäger, an, um ein mächtiges Mammut zu erledigen. Das machen wir. Erreiche das Venja-Jagd-Gebiet. Jetzt muss ich nur schauen, da ist es. Okay. Das große Mammut erlegen. Natürlich geil wäre es, super, wenn wir da jetzt ein paar Speere erstellen können. Wir können ja auf dem Weg mal schauen. Wir brauchen noch Tierhaut. Dass wir jetzt nochmal ein paar Tiere mitnehmen unterwegs. Dass wir uns ein bisschen Tierhaut für die Speere, weil die Speere sind echt mega. Ich wollte mal schauen, können wir den Bogen eigentlich noch irgendwie handwerklich verbessern? Ne, der ist komplett vollständig verbessert. Die Keule auch. Der Speer auch. Okay, das sind schon... Die sind schon durch. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können einen Speergürtel machen, damit wir mehr Speere sammeln. Also brauchen wir Beißfischhaut. Und Leopardenfell für Keulen-Upgrade, um neue oder mehr Keulen mitzunehmen. So, einen Köcher können wir noch. Genau, da brauchen wir Braunbärfell. Das können wir eigentlich demnächst auch mal machen, dass wir ein bisschen auf die Braunbärenjagd gehen. Das können wir demnächst mal machen, aber jetzt brauchen wir erstmal Tierhaut. Weil ich jetzt da zur Mission wandere. Mal gucken, ob wir... Sehe ich hier, wo ein Tier hier rumlaufen? Natürlich nicht. Ich habe die Mission angenommen und kein Tier ist hier. Kein Tier ist hier. Darauf trinke ich gleich ein Bier. Kein Tier ist hier. Denn ich bin alleine hier. Und da ist ein... Jack und der wird uns wehtun. Denn ich werde den bestimmt nicht sofort erledigen können. Ciao. Lass das. Aua. Lass das. Aber ich habe die Pfeile wieder eingesammelt. Das ist schon mal praktisch. Das war's. Sehr schön. Okay, das klappt besser als die ganz am Anfang mit dem Jack in den ersten Folgen. Auf jeden Fall können wir jetzt... Jawohl. Siebenmal Tierhaut. Sehr schön. Haben wir ein paar Spiere. Ich würde sagen, wir machen den auch noch mal eben hier durch. Dann... Alter, was war das denn? Alter Schwede. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Lass das. Aua. Oh Gott, ich muss mich heilen. Oh Gott. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Aua. Ich bin gleich tot. Wo ist der? Uah. Geh weg. Na. Gott sei Dank. Puh. Spannung pur. Gerade noch gesagt. Oh ja, klappt besser als in den ersten Folgen. Jagd jagen. Natürlich. So, jetzt haben wir wieder voll ausgerissen. Wir müssen echt gucken, dass wir unseren... Haben wir unseren Sperrgürtel eigentlich schon komplett aufgelevelt? Nein, müssen wir noch. Beißfischhaut. Hier ist doch ein See, ne? Schwimmt hier Beißfisch rum? Ich schau mal eben. Ne, leider nicht. Wo finden wir denn Beiß? Ah, hier ist Beißfisch. Okay. Gut, ist ein bisschen weiter weg. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal die Mission. Und dann gehen wir auf Beißfischjagd und auf Braunbeerfelljagd. Das können wir mal machen. Und, ähm, ja. Jetzt geht's erstmal auf Mammutjagd. So. Noch ist alles ruhig. Noch ist alles sehr entspannt. Ich kann mich nochmal ein bisschen heilen. Das mach ich nochmal eben. Besser. Besser ist. Die gehören zu uns. Das ist ja hier das Jagdgebiet. Tolles Jagdgebiet. Nazan. Weidetal. Ich verstehe dich nicht. Rede mit dem Anführer. Achso. Ich soll es finden, hier hinbringen und dann gemeinsam jagen. Finde ich super, dass sie mich alleine hier hinschicken, weil sie sagen, wir sollen gemeinsam jagen gehen. Aber ich soll erstmal den Köder spielen. Finde ich super. Ist ganz großes Kino. Ist ja häufig so. Immer andere vorschicken. Mann. Warum muss ich das immer machen? Ich verstehe es nicht. So. Da ist das Mammut. Kommt das jetzt schon hier zu mir? Warum markiert das nicht? Hallo. Komm her. Muss ich das erst anritzen? Ich mach das mal. Dann wird es bestimmt stinkig und ist bestimmt sauer auf mich, ne? Oh. Oh ja, es kommt, es kommt, es kommt. Es ist sehr schnell unterwegs. Ich laufe mal so im Zickzack. Alter. Boah, das war, Alter, das war so mies. Das war so mies. So hinterhältig von dem Mammut. Das war so hinterhältig von dem Mammut. Erlege das Mammut. Es tut mir so leid, Mammut. Es tut mir so leid. Hö. Und ich bin hier... Alter, ich bin hier mitten im... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier voll in der Arena drin. Na. Mach, Alter. Hilfe. Hilfe. Lass das. Lass das. Ich glaube, das Mammut brennt. Lass das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie hinterhältig du bist. Oh Gott sei Dank, wir haben es. Oh Gott sei Dank, das war ja... Boah, das war ja anstrengend. Ich brich... Die große Bestie abgeschlossen. Oh, toll. Oh, das tut mir so leid. Oh, Mann. Das ist so... Ja, freut euch mal. Toll. Kann ich jetzt hier... Ah, kann ich. Hm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Rüssel bewegt sich immer noch. Die letzten Zuckungen vom Mammut, das tut mir so leid. So, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ähm. Ist okay. Ja, ja. Kaka. Ich mach gleich Kaka. Ich frag mich, ob wir hier ne Toilette haben. So. Ähm. Ja, haben wir. Sehr schön. Feier ich ein bisschen. Ich klappe. Wir keUR Integens. Wir sind. Ich trage.